Cointracking hat am 20.03.2024 ein neues Update herausgebracht. Dieses beinhaltet unter anderem APY Importe, Verbesserung bei KuCoin, Coinbase, Bidjet und Kraken. Bei den CSO Importen Binance, Crypto.com, OKX, Bybit, KuCoin, Maxi, Bidjet, Bitwavo, BlockFi, Bittrex, Coinbase, Kryptan, Bitru, Voyager und Polonix. Auch bei den Blockchain Importen gibt es Verbesserungen bei der Solana Blockchain, der Defi Chain und bei Bitcoin. Des Weiteren mehrere Anpassen zu Cointickern, Preistestoren und Logos, Verbesserung von Steuerberichten, hier die Kapitalertragsübersicht, eine verbesserte Suche und Contract IDs können jetzt auf der Cointrends Seite gesucht und angezeigt werden. Übrigens, Cointracking ist bis zu 200 Transaktionen komplett kostenlos und mit meinem Link unten in der Videobeschreibung bekommst du 10% beim Account Upgrade. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!